Und nein, entweder hat es nicht gereicht, oder wir müssen uns erstmal porten. Gut, wenn es nicht gereicht haben sollte, dann muss ich wirklich das nächste Mal die Elite-Ritter-Rüstung kaufen. Nach dem nächsten Boss-Fight, womöglich. Kann auch sein, dass wir 16.000 bei ihm ausgeben müssen. So, Belastung einmal, zweimal Zauberei und das war es auch schon. Jetzt müssten wir einen neuen, nein, fehlt noch eine Stufe, aber egal. Ich kann schon mal die Zauberei bei ihr kaufen, könnte ich ja. Also das Wunder, meine ich, natürlich. Und dann geht es wieder zum Jäger-Heil-Leuchtfeuer zurück. Ja, ich hätte gerne einmal die, das Heilen bitte, danke. Ja, wenn wir was bei ihr kaufen, ist sie ganz hatsam. So, Heilung ist gekauft, wir haben Stufenaufstieg gemacht, wir haben Seelen rausgeschmissen. Also geht es jetzt wieder in den Jäger-Heil zum Brückenzugang. Und dort oben weiter. So, erstmal hier lang, dann kommt der gleich runtergesprungen. Oder auch nicht. Auch gut. Den Kumpel da jagen, das wird lustiger werden. Weil ich weiß nicht mehr genau, der Drop, glaube ich, irgendwas Gutes. Und er macht die ganzen, den ganzen Waldaktor auf uns. So, das dürfte aber gereicht haben, diesmal. Diesmal können wir auch die Brücke da voll und ganz ignorieren. So, wie auch den Schmetterling. Und der hier, der schickt uns direkt in einen Hinterhalt. Oder lockt uns in einen Hinterhalt, besser gesagt. So, weg mit dem. Das mit dem Schlag war eigentlich keine Absicht. Und hier auf der Seite müsste auch noch mindestens einer von den Bogenschützen rumwuseln. Oder war das Dark Souls 2, also das Original Dark Souls 2. War, glaube ich, das Original Dark Souls 2. Toll, er ist wieder hier runtergerannt übrigens. Komm her. Ja, wenn der sich so schnell bewegt, können wir den natürlich auch nicht so gut treffen. Und genau, er lockt uns ins Gift. Und normale Holzpfeile überlebt der Schmetterling sogar noch. Ich glaube es ja nicht. Und ja, ich lasse mich gerade von dem hier definitiv verarschen. So. Der droppt nur ein gelbes Kraut, aber der dürfte nicht mehr respawn. Vorsicht vor oben, Feind. Ja, da oben steht, glaube ich, ein Feind. Den kann man sogar sehen. Komm runter. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, aber auch gut. So, und bevor wir hier den Hebel ziehen, der die Zugbrücke runterlässt, können wir von hier oben aus... Hi, Kumpel. Ein kleines Secret. Versucht, Stoße in den Rücken. Oh, hi. Dich gibt es hier drin auch. Habe ich gar nicht mehr gewusst, dass du hier drin hockst. Hurra für Sturzangriff, ja. Was hast du denn eigentlich Schönes bewacht? Ah, wie immer einen edlen Knochenstaub. Yay. Das würde sich eigentlich fast rentieren, wieder nach Majula zurückzukehren. Aber auf der anderen Seite würde ich gern das nächste Leuchtfeuer erstmal erreichen. Und ich hätte die Brücke längst runterlassen können. So, nämlich... ...geht die Brücke runter. So, und jetzt kommt ein Gebiet, was ein bisschen ans Drachental erinnert. Weil es ebenso zerklüftet... ...eine ebenso zerklüftete Schlucht ist. Und ja, überall menschengroße Käfige, verbrennende Tote. Und hier ist das nächste Leuchtfeuer. Allerdings kommen wir da noch nicht dran, weil verschlossen ist... ...ist... ...wo wir rankommen... ...ist hier... ...an die Stellen... So, du musst jetzt dringend weg. Sonst wir spawnen alle Skelette. Genau. Und werden richtig aggro. Wow. Wow. So. Stirb bitte und du... ...auch. Danke. Also ja, nicht aggro, sondern sie stehen wieder auf. Wie man gesehen hat. Was ich nämlich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Das sind Nekromantinnen. Also denen begegnet man auch. Ist man auch vorhin in der Hölle der Untoten begegnet. Im Bossfight. So, der da ist tot. Und ja, ich kann hier alles schön anzünden. Hier kann ich leider nicht durch, weil der Hebel auf der anderen Seite ist. Und man sieht, ich habe fast eineinhalb Stunden Fackellicht. Das ist mehr als ausreichend. Und hier sind wir schon wieder draußen. Wir sind jetzt einen kleinen Rundgang gegangen. Hier kann ich ja mal von hier aus weitergehen. Beziehungsweise zurückgehen. Wow. Zielführung. Ärgere mich nicht. So, ist noch einer, der was will gerade. Nein, im Augenblick nicht. Also kann ich mich mal kurz hochheilen. Wow. Ja. So, viel dazu. Dieses Gebiet ist richtig eklig. Man sieht die Feinde kaum, weil sie braun auf braun tragen. Und... Es ist dunkel. Also ja, das ist wirklich eines der düsteren Gebiete von Dark Souls 2. Oh, hallo, gnadenlose Ruiner. Der nächste Finstergeist. Aber einer von der schwächeren Sorte. Zum Glück. Hätte ich nicht sagen sollen. Sie ist aggro. Genau. Also piksen wir sie mal ein bisschen. Und geh mal etwas zurück. So. Jetzt sollten wir uns etwas zurückziehen von ihr. Ah, sie trinkt auch. Das ist unfair. Phantome... Äh, NPC-Phantome sollten nicht trinken. So. Weg mit dir. Finstergeist besiegt. Untoten Kerkerschlüssel. Und da oben wäre wieder ein Schmetterling. Den holen wir noch kurz runter. Ah, du überlebst ja zwei Schüsse. Ich muss dringend den Bogen upgraden. So, und jetzt kommt noch eine... Will ich noch eine ziemlich komische Stelle machen. Nämlich hier unten ist, wo der Schmetterling abgestürzt ist, ist Loot. Und an dem würde ich gerne rankommen. Wow. Einfach nur wow. Oh. So. Und den Rest können wir jetzt mal getrost ignorieren. Ich würde nämlich gerne erst einmal zum Leuchtfeuer hier hinten rasten. Und die ganze Scheiße hinter mir lassen. Der Kerkerschlüssel öffnet nämlich dieses Leuchtfeuer. Kann ich euch mal kurz zeigen. Wo ist er denn? Untoten Kerkerschlüssel. Öffnet den Steinverhau im... Wow. Kommt noch einer von euch. Ja, und mein Speer ist auch schon ziemlich angeditscht. Also, darf ich jetzt den Schlüssel zeigen. Untoten Kerkerschlüssel. Schlüssel zum Gefängnis im Jägerhain. Die Untoten Jagenden, zur Zeit des alten Eisenkönigs, spielten sich in diesem... Jagden spielten sich zu... Spielten sich in diesem Wald ab. Und die Zellen, in die man die Untoten sperrte, gibt es dort noch immer. Der Unterschied zwischen Wert und Gefangenen jedoch wurde mit der Zeit verwischt. Jo, hier ist... Ein Leuchtfeuer. Da ist ein... Mann. Den ignorieren wir, weil wir ja eh zu dem Leuchtfeuer zurück müssen. Können wir dann mit ihm reden. Ich will jetzt in Majula nur schnell die... Level abholen. Dass ich noch einmal einen Zauber eintragen kann. Ja. Weil gerade ab jetzt ist... Sechsmal heilen nicht verkehrt. So. Irgendwas für die Gegenstandskiste. Ja, der Magische Streitkölm und der Flamberg. Oder Flamberg, wie man ihn auch immer ausspricht. Und der Zauber kann noch weg. Ja, dann wollen wir noch schnell... ...den Knochenstaub verbrennen, dass unsere Heilung besser wird. Eine Kraft hat den Istos-Flakon gestärkt. Ja. Und dann würde ich sagen, gibt es hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Wir sind leider nicht sehr weit gekommen. Wir haben wenigstens einen Boss geschafft. Ich habe ja auch ein bisschen getrödelt an der einen Stelle da in dem Wasserloch. Aber gut, das nächste Mal gibt es dann mehr Fortschritt. Weil wir dann auch in das nächste Gebiet kommen, was noch mehr garstiger wird. Aber das sehen wir dann. Also, bis gleich. Bis gleich.